Ihr wisst was vom 5. bis 9. August ist? Die Gamescom in Köln. Und genau da befindet sich auch das Tutorial Center Team und in diesem kleinen Mini-Ankündigungsvideo erfahrt ihr, wie ihr uns erkennt. Okay gut, eigentlich ist es recht offensichtlich. Ich hab ein T-Shirt an, da steht Tutorial Center drauf. Hinten steht auch nochmal Tutorial Center drauf. Und wenn ihr uns seht, dann freu ich mich total und dann freut sich auch der Rest des Teams, wenn ihr uns einfach mal ansprecht. Ich freu mich total, mich mal mit euch unterhalten zu können. Also traut euch ruhig, sprecht uns an, überhaupt kein Problem. Wir freuen uns da auf euch und haben auch so einen kleinen Flyer oder Autogrammkarten, falls ihr überhaupt Interesse daran besteht. Wir sind aber nicht den ganzen Zeitraum in Köln, sondern nur von Donnerstag und am Sonntag. Das heißt also, dazwischen sind wir nicht auf der Gamescom, sondern auf dem Videodays und zwar am Freitag. Dazwischen aber die ganze Zeit in Köln bzw. in der Nähe von Köln. Und wenn ihr uns da seht, könnt ihr uns natürlich gerne ansprechen. Ansonsten posten wir auf twitter.com slash tutorialcenter unterstrich, ihr solltet die URL kennen, aktuelle Status-Updates, wo ihr immer erfahrt, wo wir gerade sind. Vielleicht müssen wir uns auch einfach mal unter andere YouTuber-Fan-Treffen, zum Beispiel hinter Halle 8 trifft sich ja die ganze Welt und da werden wir ganz sicher auch öfter mal sein. Und ich freue mich euch zu sehen, doch nicht nur ich, sondern auch das Tutorial-Center-Team, also in diesem Fall Schwonka, nicht ganz das Tutorial-Center-Team und Lukas, freuen sich darauf, euch auf der Gamescom zu sehen. Und ich bin ganz gespannt, wen wir treffen. Also seid dabei auf der Gamescom in Köln. Wir freuen uns. Tschüss!